Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Hansa Rostock verliert gegen KSC nach Führung. Führung verspielt. Hansa Rostock unterliegt KSC nach dramatischem Spielverlauf. Im Rahmen der spannenden Begegnung zwischen dem Fußballverein Hansa Rostock und dem Karlsruher SC gab es nicht nur sportliche Höhen und Tiefen, sondern auch eine Niederlage, die man so schnell nicht vergessen wird. Nach einer Führung im frühen Spielverlauf musste Hansa Rostock die bittere Niederlage gegen den KSC einstecken. Die anfängliche Dominanz von Hansa Rostock, sie schien das Spiel zu kontrollieren und hatten die Führung sicher in ihrer Hand, verflog in der zweiten Hälfte der Partie. Ein unerwarteter Ausgleich durch den KSC war der Auftakt zu einem beispiellosen Comeback der Karlsruher, das einen abrupten Stimmungswechsel zur Folge hatte. In der zwölften Minute ging Hansa Rostock durch ein unglaubliches Tor von Mittelfeldspieler John Verhoek in Führung. Der holländische Spieler, der für seine kraftvollen Schüsse bekannt ist, nutzte einen Querpass von seinem Teamkollegen Nick Omladic und beförderte den Ball mit einem eleganten Schuss ins rechte obere Torek. Ein wahres Glanzstück, das die Fans von Hansa Rostock jubeln ließ. Die restliche erste Halbzeit blieb weitestgehend ereignislos. Rostock behielt die Kontrolle und verteidigte seine knappe Führung geschickt, ohne jedoch weitere Tore zu erzielen. Dann jedoch, in der 45. Minute, kam der Ausgleich durch den KSC. Marvin Warnicek, der offensive Mittelfeldspieler der Karlsruher, traf durch einen spektakulären Kopfball und sorgte damit für den Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Die zweite Halbzeit zeichnete ein anderes Bild. Der vorherige Schwung Rostocks schien verschwunden und der KSC ergriff die Chance. In der 57. Minute ging der KSC durch einen schnellen Konter in Führung. Der Torschütze war Philipp Hofmann, ein wahrer Riese im Sturmzentrum des KSC, der den Ball sicher im Netz versenkte. Hansa Rostocks Trainer Jens Hertel reagierte mit mehrfachen Wechseln, um frischen Wind ins Spiel zu bringen und sein Team wieder in die Offensive zu treiben. Trotz hoher Bemühungen und Druck auf das gegnerische Tor konnte Rostock den Karlsruher SC aber nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen. Auch ein Elfmeter in der Nachspielzeit, ausgelöst durch ein Foul vom KSC-Verteidiger Daniel Gordon an Rostocks Bentley-Baxter-Bahn, konnte nicht genutzt werden. Bahn selbst trat zum Elfmeter an, doch der Karlsruher Torhüter Marius Gersbeck konnte den schwachgeschossenen Ball parieren. Die Niederlage gegen den Karlsruher SC ist ein herber Schlag für Hansa Rostock. Vor der Partie war Rostock noch auf einem respektablen Mittelfeldplatz der Tabelle, musste jedoch nach der Niederlage auf den vorletzten Platz abrutschen. Trainer Jens Hertel zeigte sich enttäuscht nach dem Spiel. Wir hatten uns natürlich mehr erhofft und sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Wir müssen jetzt analysieren, was schiefgelaufen ist und es in den kommenden Spielen besser machen, kommentierte er das Ergebnis. Auch die Spieler von Hansa Rostock waren nach der Partie sichtlich niedergeschlagen. Es ist frustrierend, nach so einem Spielverlauf ohne Punkte dazustehen, meinte Stürmer John Verhoek. Der Torschütze zur zwischenzeitlichen Führung gibt sich jedoch kämpferisch. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Es sind noch genug Spiele, um die Situation zu verbessern. Hansa Rostock steht nun vor einer Herausforderung. Sie müssen in den kommenden Begegnungen Punkte einfahren, um ein Abrutschen in die Abstiegszone zu verhindern. Es bleibt abzuwarten, ob die unbändige Energie und der Kampfgeist, den sie in der ersten Halbzeit gegen den Karlsruher SC gezeigt haben, nun auch in zukünftigen Spielen zum Erfolg führen. Quelle Sportschau, DFB, Hansa Rostock, offizielle Webseite. Kicker-Author Anita Farke, Samstag, 4. Mai 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.